An den berufsbildenden Schulen Friseute werden mehr als 1300 Schüler und Schülerinnen an zwei verschiedenen Standorten unterrichtet. Dafür stehen uns über 90 Lehrer aus technischen, pflegerischen, sozialen und kaufmännischen Bereichen zur Verfügung. Mit über 30 verschiedenen Bildungsangeboten bieten wir jedem jungen Menschen die Option, nach seinen Wünschen und Interessen beschult zu werden. Unsere Schule verfügt über eine umfangreiche technische Ausstattung. In jedem Raum befinden sich Smartboards und Dokumentenkameras. Darüber hinaus gehören 3D-Drucker, Formatsägen und CNC-Maschinen zum täglichen Unterrichtsbeschüge. Zusätzlich bietet die BBS Friseute ihren Schülerinnen und Schülern ein großes Angebot an Arbeitsgemeinschaften, in denen man über Unterricht hinaus aktiv werden kann. Die Ski AG, die Kunst AG, die Theater AG und die Europa AG freuen sich auf eure Teilnahme. Haben wir euer Interesse geweckt? Dann informiert euch auf der Homepage der BBS Friseute oder vereinbart ein persönliches Informationsgespräch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017